Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Patrick hier und herzlich willkommen zu meinem Dribbling Tutorial für FIFA 15. Heute möchte ich euch zeigen, wie man dribbelt. Wie immer werde ich mit den Basics anfangen und danach gibt es ein paar hilfreiche Tipps. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Falls ihr weitere Tutorials von mir sehen wollt, empfehle ich euch diese Playlist. Einfach auf den Bildschirm drücken oder dem Link in der Videobeschreibung folgen. Fangen wir mit der Steuerung an. Hier habe ich diesen super Screenshot aus FIFA genommen. Die Playstation Steuerung ist in grün von mir ergänzt worden. Ihr wisst alle, dass man mit dem linken Stick den Spieler bewegen kann. Den First Touch könnt ihr mit dem rechten Stick ausführen und falls ihr dies in einer Sprintbewegung machen wollt, haltet dazu RT. Mit dieser Kombination könnt ihr auch den Ball vorlegen. Ein Skillmove wird mit dem rechten Stick ausgeführt. Ihr könnt den Ball auf zwei Wegen stoppen. Einmal so, dass ihr das Tor anschaut. Dies funktioniert mit dem Drücken von LB und zum anderen könnt ihr den Ball auch einfach so stoppen. Dazu müsst ihr RT drücken. Sprinten kann man bekanntlich mit dem Drücken von RT und Protect the Ball funktioniert mit LT. Zuletzt könnt ihr noch mit erhobenem Kopf dribbeln. Dies macht ihr, indem ihr RT und LT gleichzeitig haltet. Jetzt zeige ich euch ein paar grundlegende Dinge, dann geht es weiter mit speziellen Tipps. Wenn ihr mit eurem Spieler dribbelt, solltet ihr zwei Dinge im Hinterkopf behalten. Je schneller ihr lauft, desto weniger Ballkontrolle habt ihr. Außerdem funktioniert das Dribbeln mit trickreichen Spielern am besten, aber das ist natürlich logisch. Dann ist es noch wichtig, dass ihr wenn möglich den Körper eures Spielers zwischen dem Ball und den Gegner bringt. Dies ist die effektivste Methode, den Ball nicht zu verlieren. Ihr könnt höchstens gefoult werden. Wenn ihr euch jetzt mal die Beispiele im Hintergrund anseht, erkennt ihr, dass ich meistens ohne viele Skills dribbel. Ich benutze eher eine Kombination aus schnellem und langsamem Laufen. Wenn ihr eure Laufrichtung ändern wollt, solltet ihr einfach kurz die Sprint-Taste loslassen und sobald die Änderung vorgenommen ist, könnt ihr weiter sprinten. Dadurch bekommt ihr mehr Kontrolle über den Ball. Wenn ihr mit eurem Spieler nach vorne lauft, könnt ihr den Ball auch stoppen. Hier gibt es dann die Wahl zwischen Tor anschauen oder nicht. Wenn ihr den Ball stoppt, könnt ihr somit das Spieltempo drosseln. Dies kann hilfreich sein, beispielsweise um auf Unterstützung von Mitspielern zu warten. Das Dribbling mit erhobenem Kopf ist sehr, sehr gut. Ihr seht hier, wie effektiv es ist. Euer Spieler führt den Ball enger im Körper. Ihr habt hierbei die beste Ballkontrolle. Diese Art von Dribbling ist perfekt, um die Ballkontrolle zu bekommen und um das Spieltempo zu drosseln. In meinen Augen ist es wirklich effektiv, weil ihr beispielsweise danach auch einfach normal und schnell weiterlaufen könnt, was den Gegner überraschen kann. Ihr könnt es auch dazu nutzen, um zu warten, bis ihr einen perfekten Pass spielen könnt. Eine gute Variante, welches euer Offensivspiel bereichern wird. Falls ihr mein Video zum tödlichen oder auch perfekten Pass anschauen wollt, klickt jetzt auf den Bildschirm oder folgt dem Link in der Videobeschreibung. Protect the Ball ist eines meiner Lieblingsfeatures. Dadurch könnt ihr euch gegen das Stoßen und Zerren eures Gegners wehren. Benutzt Protect the Ball, indem ihr die Taste dafür oft hintereinander drückt, wenn euer Gegner nah an euch dran ist und euch bearbeiten will. Zum Beispiel mit einem Trikotzupfer. Ein detailliertes Tutorial dazu findet ihr hier. Ihr wisst ja, wie ihr da hinkommt. Wenn ihr etwas Platz habt, legt euch den Ball vor. Dafür müsst ihr den rechten Stick beim Sprinten in die gewünschte Richtung flicken. Diese Methode ist perfekt, um euren Gegnern davon zu laufen. Aber seid vorsichtig. Wenn ihr nicht aufpasst, verliert ihr ganz leicht den Ball, denn hier habt ihr nicht wirklich eine gute Ballkontrolle. Ihr solltet auf jeden Fall viel Platz haben. Auch hierfür habe ich ein eigenes Tutorial erstellt, welches das Thema detaillierter beschreibt. Dann gibt es natürlich noch die Skills. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall ein spezielles Video über Skills machen, aber eins kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn ihr einen Skill einsetzen wollt, macht es dann, wenn ihr ca. 2-3 Meter vor eurem Gegner seid. Lasst kurz vorher die Sprint-Taste los, führt den Skill aus und dann könnt ihr wieder normal weiterlaufen. Das richtige Timing ist hier das Wichtigste. Jetzt gibt es noch ein paar nützliche Tipps zum Dribbling. Das erste, was ihr tun solltet, ist, noch bevor ihr den Ball bekommt, solltet ihr euch überlegen, wohin ihr laufen wollt. Wartet auch nicht auf den Ball, sondern geht ihm, wenn möglich, entgegen. Speziell dann, wenn euch der Gegner im Nacken sitzt. Nutzt den linken Stick, um dem Ball entgegen zu gehen. Ihr könnt auch den First Touch benutzen, um euch in eine vorteilhafte Position zu bringen. Dazu müsst ihr nur den rechten Stick in die gewünschte Richtung flicken und ihr werdet sehen, dass euer Spieler ein paar coole Moves ausführt. Wie ihr mich kennt, gibt es auch hierzu ein Tutorial. Schaut es euch an. Nun gibt es ein in meinen Augen perfektes Beispiel. Wenn ihr einen Pass bekommt und mit dem Rücken zum Tor steht, solltet ihr nur den linken Stick benutzen. Bewegt mit ihm den Ball einmal um den Gegner rum, wie ihr das im Hintergrund seht. Wirklich nur den linken Stick benutzen. Besser geht's nicht. Der Gegner kann den Ball nicht erreichen, da euer Spieler ihn mit seinem Körper schützt. Nochmal zum eigentlichen Dribbling. Viele fragen sich ja, wie man an Gegnern vorbeikommt und zwar ohne Skills. Ich persönlich mag diese Art des Dribblings. Skills sind effektiv, ja, aber es funktioniert auch ohne. Wenn ihr Freiraum habt, dribbelt am besten im Sprinten. Sobald sich dann aber ein Gegner nährt, solltet ihr die Sprint-Taste loslassen. Dadurch bekommt ihr bessere Ballkontrolle. Nutzt einfach nur den linken Stick, um um den Gegner herum zu dribbeln. Falls nötig, nutzt Protect the Ball. Danach geht's natürlich so weiter. Der nächste Gegner kommt, einfach mit dem linken Stick herum dribbeln und weiter geht's. Ihr müsst einfach euer Tempo verlangsamen und die Zeit nutzen. Falls ihr einen trickreichen Spieler habt, wird er hier und da ein paar kleine Flicks ausführen. Diese Methode ist sehr effektiv und wenn ihr einmal den Dreh raus habt, könnt ihr die ganze Abwehrreihe durchlaufen. So wie ich es eingangs gesagt habe, mein Dribbling ist eine Kombination aus schnellem und langsamem Laufen. Es kommt halt auf die Situation an. Natürlich nutze ich auch Skills, aber wie gesagt, ein spezielles Tutorial wird bald folgen. Bleibt also gespannt und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Checkt meine Playlist aus und lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tschüss.